Der Typ ist ein absoluter Lolleck und ihr hört jetzt gerade keine Desktop-Audio, aus dem einfachen Grund, dass ich gerade Musik hören will. Wenn ihr das seht, dann habe ich wahrscheinlich genau in dem Moment Ferien bekommen. Und ich freue mich echt auf die Ferien. Schon allein, weil ich eine unheimlich stressige Klausurenphase die letzten Wochen hatte. Hallo, danke. Ja, weil ich halt einfach in den Ferien wieder ein bisschen Zeit habe, Videos zu machen und so. Und ich versuche auch in den Ferien wieder aktiver zu streamen. Also dieses, ich habe eigentlich immer eigentlich so gedacht, wenn ich jetzt meine Prozesse habe, dann werde ich so mehr oder minder Daily Streams machen. Und halt wirklich praktisch immer da sein und halt ähnlich aktiv werden, wie in der Zeit, wo ich wirklich aktiv Minecraft gestreamt habe. Wo ich halt aber ziemlich schnell gemerkt habe, so dieses alleine streamen habe ich keinen großen Spaß dran. Ich weiß nicht, warum. By the way, ich hoffe, dass mir ein Mikro-Quali fit geht. Ich habe das jetzt nicht vorher abgecheckt. Hals, Maul! Ich habe halt einfach extrem gemerkt, dass ich an Solo-Streams keinen großen Spaß habe. Ach so, den Wallbang hat er bekommen, oder wie? Ich habe das jetzt gerade auch noch was anderes mache ich gerade auch noch nebenbei. Weshalb ich halt auch, was das angeht, im Moment einigermaßen viel zu tun habe. Daher werde ich auch wahrscheinlich den nächsten, erst in zwei, drei Monaten vielleicht irgendwas von, so in dem Sinne damit auch anfangen. Und ich muss sagen, ich werde die Tage auch mal irgendwie irgendwann anfangen, Highlight-Clips zu machen, weil ich habe so viele geile Clips und ein paar Wack-Shots und sowas drin. Highlights zu schneiden ist immer eine ziemlich, ziemlich aufwendige Sache. Hallo! Oh mein Gott, was mache ich hier gerade? Ich habe morgen, das sind die ersten vier Stunden, das ist das wahrscheinlichste an jeder Schule, Abi-Gag. Hat er meine Splash of Darkness? Okay, jetzt gibt es Stress. Also man darf ja vieles machen, aber nicht meine Splash of Darkness nehmen. Naja, auf jeden Fall. Ich habe die ersten vier Stunden sind es im Normalfall Abi-Gag, wo die Abiturienten sich halt feiern und so. Und schreien, wir haben Abi, ihr habt noch Schule, bevor sie überhaupt ihre Abitrüfung geschrieben haben. Ah ja! Wenn dann vielleicht der ein oder andere durchfällt, dann, gut, dann kann er nochmal schreiben. Ich habe, äh, keine Schule mehr, ihr habt doch Schule. Wenn er dann nochmal durchfällt, dann wäre es lustig, aber ich glaube, dann kann man ja nicht mehr wiederholen. Ich glaube, dann hast du einfach deinen Hauptschulabschluss und fliegst. Naja, ich finde es aber so, wenn ich die ersten vier Stunden sind, Abi-Gag, dann habe ich die fünfte Stunde Unterricht, dann habe ich die sechste, siebte frei. Und früher war es immer so, dass die achte, neunte ausgefallen ist. Dann halt, hätte ich halt, nach der fünften frei, hätte ich diesen ganzen Tag eine Stunde. Hallo? Danke. Was habe ich mir hier gerade zusammengeämt? Aber, da wir jetzt einen neuen Direx haben, der komplett einen an der Klatsche hat und der, wir haben noch, irgendwann gab es mal so, wir haben eine Flüchtlingstaste bei uns an der Schule. Und irgendwann gab es, ähm, irgendwie so eine Geschichte, dass er angeblich rassistisch wäre, nur das ist, der, der jetzt bei uns Direx ist, der war damals nicht Direktor, aber ist er halt jetzt, der ist zu einem Flüchtling gegangen, hat gesagt, weißt du, dass ein Hitlergruß ist, der, nee, ja, dann kannst du auch nicht rassistisch sein. Alles klar, Digger. Das war seine Logik. Wenn ich mir auch so, Bruder, das war es dann auch wieder komplett. Der hat das verboten, dass wir frei haben, deshalb ist er halt ein kleiner Urgensohn, wenn ihr wollt, dass er schäbt, dann... Wenn ihr mehr von dem Format sehen wollt, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Und abonnieren natürlich nicht vergessen, wenn ihr keine Videos verpassen wollt.